Koch-Enthusiasten, aufgepasst! Die Global Cooking Challenge von Fissler. Richtig, global, das heißt Korea, China, Amerika, aber natürlich auch aus Deutschland suchen wir Teilnehmer, die können ihre Leidenschaft, ihre Handwerkskunst in drei Runden beweisen. Und das Finale, da drehen die besten fünf in München live gegeneinander an. Was winkt euch? Eine kulinarische Reise für 10.000 Euro für den Gewinner und jede Menge Fissler Kochgeschirr. Ihr müsst euch nur bewerben. Wir freuen uns auf euch. Ach so, Infos, Teilnehmerbedingungen, hier auf der Homepage. Es ist im Grunde eine weltweite Inspiration und es sind vor allem echte Geschichten aus der Community.